Moin Moin! Herzlich Willkommen zur Runde 132 bei Kezrak. Ich habe während wir offline waren kurz ein bisschen gecraftet und schaut mal was ich gekriegt habe. Die Trollhaut. Das heißt Malagor hat jetzt Regeneration und das macht ihn absolut insane. Ein bisschen Glück muss man halt haben. So wie gesagt der Rest ist glaube ich fällig oder nicht wir haben noch ein paar die steigen müssen. Wunderbar dann kriegst du jetzt erstmal deine 30 Prozent Verlust Verstärkungsrate. Und du bist der Sturmbudde. Du warst noch gar nicht ganz fertig. Du musst noch ein bisschen... Du hast noch gar keine Geschossresistenz? Unfassbar okay. Akash, 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 Akash. Der ist mit allem durch hier. Alles klar. Jetzt sind wir aber fertig. Und dann hoffen wir mal, dass er nicht mit einem Zug hier ankommt. Wo ist er denn? Da. Ich finde es echt nervig. Da kommt er. Er kommt an. Oh er will da... Wo will er hin? Ich dachte er will zum Stein. Will er aber nicht. Will er zu Morgur, weil er ihn sieht? Kann er überhaupt sehen von da hinten? Wahrscheinlich nicht, da war ja ein ganzes Gebirge entwege ich. Also. Fein. Was machen wir jetzt? So. Mach mal weg da. Ja. Okay, er ist ein bisschen unschlüssig, ja. Haust du den weg? Vielleicht. Ja. Keine Ahnung, was die vorhaben. Jetzt greift er den Stein an. Und vorauf kommt oft. Wir gewinnen das. Gib mir die Gunst. Das hat ihn doch glatt von seinem Drache runtergeboxt. Okay. So, wir handeln. Mehr brauchen wir nicht. Nee, 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 nee. Wo willst du hin? Boah, schaffst du den, ey? Die ganzen Fliegeviecher hier. Ja, du kannst dich ja richtig weit bewegen. Wie kommt das denn? Kann sich gar nicht bewegen. Wieso kannst du dich nicht bewegen? Hä? Da sind welche drin? Ja. Da waren welche drin. Ja, gut. Naja, du bist zumindest in die richtige Richtung gestolpert. Hm. Was gibt es hier zu bauen? Bau aus. Du gehst jetzt hier in die Richtung, oder? Hier sind auch noch welche drin. Ey, es ist so... Die wirst du nicht los. Man wird sie nicht los, ey. Wo ist denn der Eingang von dem Ding hier? Da lang. Und dann da lang. Der Bulle muss eh da lang. Warte, wann gehst du hier hin? Komm uns nicht an das Ding da. Der grüne Ritter rennt hier rum. Gut. Malagor. Hier lang. Hier sind auch schon wieder abgebildet. Das ist nicht zu fassen. Wer bist du denn? Okay. Halt. Stopp. Ähm. Fehlt doch noch wer. Achso, pass auf. Ja, hier. Unser Großangriff hier. Ähm, ja. Latsch mal da lang. Schamanen können nie schaden. Ich weiß nicht, ob ich dich behalte. Ich baue dich mal weiter. So, du hattest, glaube ich, auch noch tatsächlich irgendwas, was du tatsächlich so noch nicht fertig hattest. So, Buhle. Buhle, Buhle, Buhle. Du gehst jetzt hier hin. Kommst ja auch nicht so richtig vorwärts, ne? So richtig marschieren ist hier nicht für dich. Aber wie sieht's bei dir aus? Du machst mal hier. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Du bist so einer. Das heißt, du willst auch Bestigore haben. Nehme ich an. Und die bestimmt auch. Oh. Ist ja gelohnt. Was ist das hier? Hä? Was ist denn für eine Benachrichtigung? Keine Ahnung. Mach mal ein bisschen Randale hier. In deinem eigenen rein. Wir haben 3000. Das heißt Schilde, Bestigore. Und nix weiter. Ich will auch endlich mal Turox hinbekommen. Wer ist das? Siegu. Achso, ja. Komm. Du wirst jetzt großer Mentor. Weiter geht's. Der Nebel. Der Nebel meldet sich wieder. Wieso siehst du eigentlich so komisch aus? Nein, Mann. Nein, Mann. Geschwächt. Oh, du willst jetzt von außen rum da hin. Ach ey. Nervig. Das hat ihn vorbeigefahren mit der Kamera. Okay. Okay. Die Punkte da unten haben anscheinend hier nichts. Hey, du gehst mir auf den Keks mit deinen ganzen Ruinen-Auskundschaften da. Der geht da wieder rein. Ich werde bescheuert. Weil der Stein wieder weg ist. Du wirst die nie los. Das entwickelt sich schon wieder hier wie bei einer mit den Vampiren. Du wirst die nicht los. Weil überall immer irgendeiner einen Stein weg macht und dann die Ruinen wieder frei sind. Ja, jetzt kundschaftest du da aus. Hm. Ja. Der Jürgen. Jürgen hat keinen Bock mehr. Was der die ganze Zeit hier will, das weiß auch kein Mensch. Hm. Mach doch mal ein bisschen Stumpf da. Hm. Hm. Ganz unauffällig ist er da hingerannt und hat sich dann da versteckt. Gut. Sehr gut. Er ist wieder da. Es wird brechen. Es wird brechen. Was? Okay. Wir kommen da nicht hin. Okay. Richtig laufen, ne? Was ist denn, wenn ich dir so ein Banner kaufe? Kostet 3000. Oh. Hm. Black Friday ist wohl vorbei, wa? Okay. Dann ist das so. Okay. Wo bist du? Wie komme ich am besten zu dir hin? Da lang, ne? Was für ein Gerenne. Was für ein Gerenne. Malagua. Was, wenn ich hier einen Stein hinsetze? Da schneiden die sich eigentlich fast, ne? Ja, wir müssen trotzdem, wir müssen jetzt erstmal hier hin. Das hier beenden. Hier ist gar nichts drin. Setz da mal einen Stein hin. Geh raus da bitte. Für irgendeiner, der sich angreifen könnte, würde, müsste, vielleicht... Der Vampir. Vielleicht aber auch nicht so. Donnerbach hat aufs Maul bekommen, ne? Nur die Garnition. Geht aber noch. Wie sieht's hier eigentlich aus? Warum kann ich hier nichts bauen? Das verstehe ich manchmal nicht, ey. Wieso eigentlich... Oder liegt das jetzt auch wieder an dem hier, oder was? Echt bescheuert. Irgendeinen habe ich da noch nicht gezogen. Wo ist... Warte mal. Wo ist... Wo ist Cass? Da. Ich weiß es nicht mehr, wo ich war und wo ich nicht war, ey. Sieh, da war ich nämlich auch schon in der Scheiße. Sieht alles gleich aus. Hey, das kann doch nicht sein, dass du hier nur so wenig laufen kannst. Das ist kein Schritt weiter. Das bringt gar nichts. Das ist ein bisschen weiter, aber... Ich stelle dich da hin. Und Locke. Zur Not. Du bist jetzt wirklich fertig mit dem Scheiß hier, ne? Jetzt kannst du endlich mal anfangen, mal über zaubern lernen hier. Nämlich ganz wichtig. So, erstmal Instinkte wecken. Das ist ja eine Ecke hier, dass man hier... Also, dass du hier so schlecht laufen kannst, ist echt schlimm. Was ist das eigentlich hier? Krell, der untote Champion, verwüstete ganze Landstriche vor der Schädel und Dörfer, bis endlich beim Gletschersee besiegt wurde, wo sein Körper angeblich... Ach so, hier hat... Hier hat Heiner Krell... Ne, hier hat Heiner Krell nicht gefunden, sondern... Mh... Doch! Das ist die... Das ist das Ding, wo Heiner ihn rausgeholt hat. Interessant. Ja, interessant. Boah ey, das ist, dass wir hier so wenig laufen können. Nervt gerade richtig. Wie wir hier nirgends ankommen. Scrack. Will ich Krieg mit dir? Wenn, dann nicht jetzt unbedingt. So, jetzt kommst du wieder. Bitte ey, jetzt rennt ihr da hin. Und du... Kommst da hin? Ja, die schaffe ich doch bestimmt gar nicht, ey. Wo beschwöre ich Taurox hin? Den sollte ich in irgendein Stein beschwören, wo der gleich angegriffen wird. Ja. Kemri. Gescheitert, gut. Wo will Eltarion hin? Will er... Ah, nee. Ich kann doch jetzt nicht mit Morgor die ganze Zeit hinter ihm herrennen. Das ist ja auch scheiße. Dann entfernt er sich immer weiter von Ultuan. Ja, das kommt zu schon wieder. Du willst in mein Gebiet, ne? Wir nehmen das Schutzbündnis weg. Du darfst aber bei mir rumlaufen. Fangen wir erst mal damit an. Fangen wir erst mal damit an. So, ihr macht das alte Spiel da. So, wo ist der Elf? Wo will er hin? Will er nach... Altdorf? Bolzenplatte-Trampel-Trampel-Eiser. Oh nein. Ja, ja, ja. 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 Ich entdecke sie ja auch immer erst da, wenn ich kein Geld habe, ne? Dieses Mal das Gleiche. Wo ist der blöde Elf hin? Ampropos blöder Elf. Erstmal machen wir den blöden Elfen hier. Nutzt nix. Das kriegst du hin, ne? Gut. Mach den Stein da wieder hin. Und bleib da drin. Gut. Das Ritual ist leider gesperrt, weil er ja sonst hier nichts anderes war. Das heißt, wir müssen... Er ist außerhalb. Das heißt, wir müssen hier drin... Ja, wenn wir Eltharion hier besiegen, dann könnten wir Punkte kriegen dafür, vielleicht. Komm mal da raus. So. Und steig mal ein bisschen. Zuerst einmal kriegst auch du wieder... Nein. Verlust Verstärkungsrader, bitte. Hier... Kommst du jetzt rein. Beinahe. Irgendwelche Minos, die du dir schon nehmen könntest, sind alle belegt. Hier, ne? Bleib erst mal da drin. Hauptsache, du bist da drin erst mal. Ach, Toglu. Mugur. Mugur. Das ist noch eine. Vor allem, wenn ich jetzt hier abhaue, dann kommen von deiner Seite welche. Sorry, jetzt muss sich jemand anders um Eltharion kümmern. Alter, diese Strecken. Wieso könnt ihr so wenig laufen? Ich habe auch schon seit 100 Runden keinen Vollmond mehr gehabt, ne? Oh. Wenn du so springst, dann springst du da hin. Ja, doch sogar zwei Geister. Das ist so hügerlich. Oh nein, ihr sollt nicht springen. Ihr sollt. Mach erst mal das hier. Mehr als erwartet. Okay. Nicht so viel laufen, bitte in der Nähe bleiben. Alter, ich habe gesagt, wir müssen in der Nähe bleiben. Du bleibst hier. Du bleibst. Bist du da reingegangen? Du sollst nicht da reingegangen. Wie auch immer. So, du steigst. Nächstes Instinkte wecken. Du bist der Sturmbulle. Du warst hier hinten fertig? Ne, du kriegst noch den Ansturm. Okay. Zack. Ihr empfangt ihn, wenn er kommen sollte. Ackbar haben wir gerade gemacht. Bleib da stehen. Ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll. Renne ich jetzt dem blöden Elf hinterher? Rennt er hier hin oder rennt er da hin? Scheiße, Mann. Jetzt kann ich was bauen? Was ist das für ein Quatsch? Ich brauche auch die 3000 für die Unterstadt hier. Warte. Ja. Ja. Jetzt habe ich nicht genug Geld. Das ist was anderes. Aber ich verstehe es nicht. Mal kann ich da bauen und mal nicht. Was mache ich mit dir? Weißt du was? Nein. Ich lasse mich auf dieses Katze-Maus-Spielchen nicht ein. Du wirst mich jetzt hier stundenlang durch die Gegend scheuchen. Und in der Zwischenzeit, wer weiß, was da hinten auffahren. Das machen wir nicht. Wir greifen jetzt Ultouan an. Komme was wolle. Du. Hier ist ganz schön gefährlich. Kes, was ist, wenn du springst? Das wird dem Uga nicht gefallen. Aber es ist mir egal. Du springst jetzt hier hin. Wir gucken, was passiert. Ob Tekton angreift. Yadri wird nicht angreifen. Belaga ist zu weit weg. Das wird schon werden. Malagor. Wo ist Malagor? Bolzenplatte. Also komme ich nicht drüber hinweg. Über den Namen. Über den komme ich einfach nicht hinweg. Malagor, du greifst jetzt Vampire an. Du greifst jetzt Vampire an. Ein für allemal. Wir müssen unsere Pläne jetzt endlich mal umsetzen. Du hast genug zu tun hier. Das wird ein Schlachtfest. So. Zeig mir mal deinen Stein hier. Hier gibt es 10 Punkte. Der Rest ist alles Oga-Land hier, ne? Ja, dann ist das so. Scheiß auf Oga. Euch machen wir auch noch fertig. Was gibt es eigentlich für's Quack? Bestimmt irgendwas mit Essen. Steingarten, was ist das? Kann ich hier was bauen? Wenn ja, dann sollten wir das tun. Und zwar so schnell wie es geht. Erstmal den üblichen Scheiß. Gott, oh Gott, oh Gott. Was liegt denn hier noch? Aus irgendeinem Grund ist Knorpeltal schon wieder... Und die Grimm... Das ist nicht zu fassen. Das habe ich auch gerade Kersrek hier runtergesprungen, ne? Kommt der wieder da nicht dran? Also das kann man halt auch noch machen. Dann macht er das mit denen da. Das sind 30 Punkte. 30 Punkte sag ich schon. Das sind 10 Punkte, mein Gott. Die 10 nimmt er mit. Dann macht er Pfeildorf. Dann macht er Knorpeltal. Ja... Den auch noch. Oh, ist das ätzend. Dann kann er das Ritual machen... Ne, dann macht er das Ritual noch nicht. Obwohl die gehören ja zu dem hier, ne? Ja, es ist kompliziert. Habe ich alle bewegt? I guess. I guess. So, Bolzenplatte dreht am Rad. Dreht jetzt durch hier und legt los. So. Oh, Bolzenplatte, ey. So, die Ogas sind immer noch nett und gut gelaunt. So, jetzt wird es interessant. Du willst tatsächlich hier, wo Torux drin ist, ne? Wir müssen mit Torux jetzt... Und du kommst an Land und greifst mich an. Alles klar. Ne, tust du nicht. Ja, das werden wir auch nicht schaffen, fürchte ich. Akbar wird das nicht packen. Aber es ist egal. Back, Back. Der Tödliche. Ein Hoch auf die Namensabteilung hier. Ok, nack, Bolzenplatte. Nack, nack, bock, bock. Ihr, also ihr lebt hier alle ganz friedlich nebeneinander her, ne? Keiner tut hier keinem was. Voll die friedliche, kleine Warhammer-Welt. Ach. Ja, ja. Hier wird ausgekundschaftet. So, jetzt geht's los. Kommt er an. Er will gar nicht. Er will verteidigen. Er hat die Hosen voll. Okay. Das heißt, der Bulle und Gorotz versuchen sich gleich auf Belaga zu stürzen, wenn sie es hinkriegen. Also die haben sich auch irgendwie festgebackt da oben. Oder festgefressen, ne? Dass die da überhaupt nicht rein und raus wollen. Endlich gibt's Frügelei. Und Bolzenplatte. Ja. Kriegt seine Platte voll gebolzt hier. Okay. Theo bald. Siegfried. Rauf, runter, hin und her. Die ganze Zeit. Na, du hast mich jetzt entdeckt. Die gibt's auch noch. Hier ist Großherde. Na, wollen wir nicht erst mal handeln? Lass uns erst mal handeln. Bevor wir hier mit Zugängen anfangen, ne? Lass uns erst mal handeln. Sonst nix. Wie schön. Ähm. Zorn ist mir ziemlich egal. Schreckenskosten ist mir egal. Einkommen durch Überfülle ist immer okay. Wir nehmen die Verstärkung. Das ist klar. Das ist alles schick. Wo ist Belaga hingerannt? Egal, wir räumen das Ganze. Ah, die sind hier zusammen. Die wollen beide zusammen. Wie weit kommst du? Wie weit kommst du? Wie weit kommst du? Oh, das können wir hier in schönen 3er aufbauen. Aber nicht mehr heute. Ja. Spannend, spannend. Das Tempo ist leider so ein bisschen runtergefahren. Aber wir werden das wieder hochdrehen. Sobald wir diesen Scheiß Katz- und Maus- und Hase-Igel-Scheiß hier hinter uns haben. Aber wir bewegen uns zumindest ein bisschen Richtung Südwärts. Das ist schon mal gut. Und Morgur geht jetzt definitiv nach Westen. Und Malagur nach Norden. Ja. Eigentlich sind wir im Plan. Wenn es auch nervig ist. Was richtig nervig ist, ist gerade Ikit. Und dieser bescheuerte Elf. Der anscheinend keine Ahnung hat, was er da tut. Der macht die Steine kaputt. Kann man ja auch irgendwie nachvollziehen, dass er die nicht haben möchte. Aber dadurch gibt er natürlich jetzt Ikit die Möglichkeit, sich wieder überall reinzuballern. Und Unterstädte zu errichten. Das ist super nervig. Na ja, dann gucken wir mal wie Thorax jetzt so langsam. Vielleicht kriegen wir den jetzt so langsam irgendwie dazu, dass er aufsteigt und Minus bekommen kann. Das wäre schön. Ich lasse ihn erstmal noch in dem Stein da drin. Weil ich denke, dass Eltarion angreifen wird. Dementsprechend sollten wir ihm vielleicht nochmal schnell was geben, damit er sich irgendwie verteidigen kann. Zwei Riesen sind geil. Na ja, dauert zwei Runden. Das ist ein bisschen zu heftig. Das dauert zu lange. Das schafft er nicht. Er kriegt zwei Gorherden. Er bekommt... Ach, eh. Drei davon. Drei davon. Egal. Hauptsache, er hat irgendwas zum Verteidigen. Plus das, was im Stein drin ist. Okay. Wir sehen uns morgen. Ich danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.